meine freunde der sonne der pfleger kevin hat sich mal wieder die mühe gemacht ein video raus zu hauen da gehen wir ein das gucken uns an es ist sehr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sehr aufwendig geworden wie immer bei seinen videos los geht's meine freunde was geht ab und damit herzlich willkommen zurück auf meinem kanal denn wie ihr am titel sicherlich schon festgestellt habt geht es ich check wirklich lehren frau chert x100 reichet gold eurem tram und kappa ich verstehe wirklich nicht warum das ein trend ist warum das leute machen auf der arbeit live stream was soll das mal wieder um tik tok pflege live streamer über die wir ehrlicherweise heute mal wieder sprechen müssen ja und der ein oder andere wird sich jetzt denken mein gott hört dieses format denn niemals auf und ich muss euch ganz ehrlich sagen an mir liegt es nicht es gibt jeden nachtdienst immer noch pflegekräfte die auf der plattform tik tok live streamen was soll das gibt werde ich sie auch weiter exposen das ist ja mal völlig klar was ist das denn alter während der arbeit wird nicht gestreamt außer dem streamer dann ist deine arbeit dein stream was soll denn das jetzt nicht überheblich klingen aber eigentlich müsste doch die letzte pflegekraft die sich überlegt hat auf tik tok live zu streamen schon mal irgendwie von meinen videos mitbekommen haben oder nicht aber wie ich euch in der letzten post folge mitgeteilt habe gibt es noch diverse weitere streamer die ich seit einiger zeit beobachte und von denen wir jetzt endlich ein fall lösen konnten ich habe mir nämlich einige dieser cold cases wenn ihr diesen mordfall bennie unterstrich autschiert x 100 drei reiche ich paracetamol sind mehr wert wie golg vielen dank für die vielen dank für die paracetamol die brauche ich tatsächlich gerade wirklich kennt ihr die diesem diesen mordfall da haben drei pfleger im alten leute in den in deutschland und sich die videos über whatsapp geschickt in deutschland ist das öffentlich in deutschland also streams aus der vergangenheit die wir nicht auflösen konnten noch einmal angeschaut und deutschland bei einem stream ein detail aufgefallen was uns jetzt auf eine heiße spur gebracht hat und die alles entscheidende informationen kam diesmal wieder von einer informanten also kurs geht noch mal raus dafür liebe ich meine community einfach in der vergangenheit wurden wir aber am telefon angepöbelt von den krankenhäusern ignoriert grüße gehen an der stelle auch noch mal raus an die asklepios klinik in hamburg oder hatten einiges diesen diesen fall mit den hundert menschen die halt nur die dingenspritze bekommen dass den kennt man aber das ist mir auch neu ist das ob der fug und ist das da auf die kaputt ist das denn wo hast du das denn schon wieder her oh gott menschen sind echt krank an negativen kommentaren unter meinen youtube videos ja und bedrohungen sind leider auch immer wieder dabei die von youtube anzeige geht auf jeden fall raus an diesen kevin ja gut das ist ja jetzt keine keine bedrohung im sinne von oh nein ich bin in gefahr aber ja gut hier geht es wie gesagt um die sicherheit der patienten und wenn wir als community bzw ich mit meiner reichweite dafür sorgen kann dass die schwarzen schafe der pflegebranche aussortiert werden ja dann werde ich das in zukunft halt auch weitermachen das ist doch klar und wenn euch eure datensicherheit und eure privatsphäre auch ein großes anliegen sind dann solltet ihr definitiv einen großen bogen um die pflege livestreams und um tik tok drehen und euch stattdessen lieber den besten browser im internet runterladen und zwar ist das natürlich opera denn opera hat richtig smarte funktionen wie ein integriertes vpn für das sichere surfen war opera nicht problematisch oh god live stream den ich letztens mit ansehen musste kam es wieder zu zweifelhaften szenen wo ich mich wirklich gefragt habe mein gott wie blöd kann man eigentlich sein und das alles zeigt mir einfach nur dass die streamer sich immer noch nicht dessen bewusst sind was sie da eigentlich machen beziehungsweise was diese streams für eine außenwirkung darstellen ja und das für viele das live stream das ist doch genau das ding die außenwirkung da vom job jemand wenn das also das kannst du ja in keinem job eigentlich machen ohne dass mit dem arbeitgeber abgeklärt ist weil du repräsentiert ja im internet dann in dem fall während du dann in arbeitskleidung stehst dein job das und wenn egal was also das ist doch das ist katastrophal von der arbeit schon absolut zur normalität gehört in eines meiner letzten post videos habe ich euch eine reihe weiterer streams gezeigt die ich in der vergangenheit verfolgt habe ja und dabei sticht eben ein stream das ding ist halt auch das sind halt nicht alles nur junge menschen also nicht nur gen sie oder so anfang 20 oder sondern teilweise halt auch mit der ende 30 so den ich euch jetzt einmal zeigen möchte denn ehrlicherweise sind dort gleich drei pflegekräfte der überzeugung es sei komplett sehr sehr vielen dank für die 1.000 bits das ist nur ein support also nichts passiert einfach programm weiter laufen lassen danke für die aufmerksamkeit oder auch nicht vielen vielen dank für die 1.000 bits vielen 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 dank das macht es noch fieser so kaputt alles es repräsentiert den beruf falsch über alle vielen ja absolut absolut fein von der arbeit aus live zu streamen und eventuell patienten daten zu doxen und leute bitte hört mir endlich zu es geht mir nicht nur um den datenschutz es geht mir um die patientensicherheit philipp unterstrich 2004 cheered x 100 ich frage mich ja vor real ob das nur ein tik tok problem ist oder ob es das auch bei instagram oder so gibt dagegen muss was gemacht werden ehre an kevin vielen dank philipp für die 1.000 bits ich glaube das habe ich auch schon auf instagram erlebt dass leute jo schnecke vielen dank an den sub an meine schwester vielen vielen dank vielen vielen dank für den gifte sub ich habe das auch schon auf instagram gesehen dass aus dem berufsalltag heraus gestreamt wurde so und es sind nicht nur daten in dem fall es sind halt sensible daten und halt die außenwirkung und vor allen dingen um die außenwirkung der pflege weil ich meine wir meckern den ganzen tag rum wir haben keine fachkräfte wir haben keine pflegekräfte alle sind so überlastet und command dann siehst du da drei pflegekräfte die von der arbeit aus live stream was für ein bild macht das und einfach dann chillen so ja also das widerspricht sich irgendwie so ein bisschen mit dem bild beruf bitte wirklich und in dem stream waren leider mal wieder diverse informationen enthalten die meiner meinung nach nicht ins internet und schon mal gar nicht auf eine chinesische plattform wie tik tok gehören da reden wir dann auch mal wieder über blutröhrchen im stream die normalerweise mit patienten etiketten beklebt sind wo der volle name und die adresse drauf steht in den kommentaren des tik new donation vom michael ms misty eit null was du da sagst ist ein hohn für alle echten pflegekräften als ob die paar leute für den pflegenotstand verantwortlich sind 10 wieso kannst du dich einfach ruhe geben michael gibt doch einfach ruhe gibt doch einfach ruhe und es hat niemand behauptet dass die schnell viel viel dank auf jeden fall ähm da gab es eine sep a sep für die fünfer sap bombe vielen 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 dank sorry dass ich hier einmal kurz die die ganze situation unterbrechen muss aber das wollte ich auf sagen für die 200 bits hinterher vielen vielen dank vielen vielen dank ist er jetzt gewandt ich glaube also war jetzt eigentlich aufgelistet tiktok livestreams hagelte es selbstverständlich wieder kritik weil die meisten auf tik tok mich auch inzwischen kennen beziehungsweise mal nichts post formate kennen aber die ausreden die die streamer finden die sind halt einfach wie immer quatsch so schrieb beispielsweise ein user da freut sich der arbeitgeber wenn datenschutz in social media nicht beachtet wird ja worauf wieder folgende aussagen kamen ja das hat jetzt eine diskussion entfacht aber gott sei dank kann man ja auf diese videos gar nicht zurückgreifen ok ich hab ja ja denn also also wenn ich bei eben ihren wohnort live streamen sie also doxen so dann ist das ja keine datenschutz verstoße keine straft hat weil man kann da ja nicht drauf zurückgreifen ja denn problem gelöst das ist ja das ist ja ein ganz großer trick so nein herr officer ich habe hier keine illegalen dinge dokumentiert mit meinem handy die ich nicht hätte dokumentieren sollen denn da kann man gar nicht drauf zurückgreifen das ist also gar kein problem dass ich hier gegen zeugenschutzprogramm oder was weiß ich was verstoßen habe man kann ja gar nicht drauf zurückgreifen einfach system gedribbelt für viele leute ist datenschutz auch einfach nur also auch einfach nur etwas was anderen leuten zustößt kann das sein das ist gespeichert oder sowas das heißt das kann sich auch keiner mehr jetzt im nachhinein angucken erstens muss man an dieser stelle sagen dass diese streams sehr wohl auf der plattform gespeichert werden es war nicht öffentlich abrufbar für die allgemeinheit aber sie verbleiben als fertige videos in dieser tiktok app und meiner meinung nach ist das für die moralische bewertung dieses live streams völlig irrelevant ob die dinge aufgezeichnet und gespeichert werden oder eben nicht die sollten überhaupt gar nicht passieren natürlich ist es völlig irrelevant ob es aufgezeichnet wird gespeichert wird also wenn ich ein verbrechen filme was ich nicht hätte filmen dürfen weil es nicht hätte passieren sollen so kann ja ich sagen ja es ist egal dass es passiert ist weil es sieht ja keiner es funktioniert also moral nicht diebstahl ist immer noch verboten und zu verurteilen auch wenn es niemand sieht straftat bleibt straftat ja jetzt passt auf weil die folgende aussage habe ich ja erst mal recht nicht verstanden ja was soll man denn sonst machen alter als gäbe es keine alternative als würde ein innerer druck arbeiten arbeiten was ist das für eine argumentation ich live stream hier halt einfach was soll ich sonst mal auf arbeit druck bestehen live streamen zu müssen was ist das denn und jetzt mal ganz ehrlich keiner von uns würde was sagen wenn du dich da einfach hinsetzt und ans handy gehst oder filme schaust oder sonst was ich meine ich sehe das ja ein wenn die arbeit getan ist dann ist die arbeit getan und von daher wäre es ja auch in ordnung aber ich mein live stream während der arbeit ist doch die beschissenste idee die du haben könntest ich meine dein arbeitgeber könnte das doch auch sehen dann soll man sich das hier gerne abfilmen und viel spaß meinem chef nur zu schicken was soll er denn machen ja vor allem weiß ich auch das wir machen es ja nicht so was nicht dürfen ok ausschnitte des live streams dem arbeitgeber schicken kenne ich jetzt eigentlich keinen der das macht oder ja gibt bestimmt so leute internet führerschein internet führerschein internet führerschein jetzt ja und vor allen dingen weil als zuschauer das nicht auch könnten jeder der ein handy hat kann diesen live streamer eben kurz mit aufnehmen jeder und dann einfach kevin schicken und bumm das wird dann aufgearbeitet und dann ne also ich check nicht das ist das fucking internet das ist kein keine familiengruppe oder sowas beziehungsweise für das patientenwohl und die datensicherheit einsetzt ist man faktisch also hobbylos alles klar außerdem brauche ich gar nicht aktiv in die live streams gehen sondern sie werden mir zugeschickt weil wir reden nachtdienst irgendwelche pflegekräfte live sind und diese werden mir dann zum teil einfach auf meine folie page gespült das heißt ich sehe sie einfach obwohl ich nicht sehen will ich kann es ja nicht mal ändern ja geil an der sache ist natürlich auch dass sie mich und meine formate kennen und mich sogar namentlich in dem stream benennen können also ich verstehe einfach nicht wenn es doch schon menschen gibt die aufzeigen wie scheiße das ist wie kann es denn sein dass du dich dann da hinsetzt wie arrogant muss man denn sein um dann noch live zu streamen ich bitte dich ja und meine lieblings ausreden dürfen das ist keine arroganz das ist einfach diese typische verantwortungslosigkeit also das hat nichts mit arroganz zu tun sondern die leute sind einfach sehen da einfach kein problem drin sind einfach desinteressiert uninformiert ja und ich glaube wenn du also in kevin jetzt noch ein stück größer werden überheblich ja überheblich ist mir das wort dass ich was ich da werden würde aber ich glaube das ist ein synonym auch für arroganz aber sobald kevin größer wird so in dem sinne also glaube ich wird sich da noch mal aus der dynamik entwickeln oder generell diese community umkehren darum sobald die noch ein stück größer und ein bisschen stärker wird so dann werden sich die leute das zweimal überlegen weil wenn du dann nur wenn du streamst du hast nur leute im chat die die ganze zeit sagen hör auf zu streamen das ist scheiße was du da machst so das schockt ja nicht natürlich auch nicht fehlen wir hören mal rein ja das ist irgendwie so ein typ der geht immer so durch die lives und schwärzt dann beim arbeitgeber die leute an die ich ja der hat ja ein super leben aber das ist ja nicht schlimm weil das schlimme ist ja niemand ist ja gezwungen sich das anzugucken wenn man das nicht möchte dann macht man es halt einfach weiter aber das ist nicht das problem von diesem live stream das checken die leute ich check nicht dass die das internet ist wir haben das internet lang genug um zu verstehen dass das so nicht funktioniert wenn du schmutz im internet machst kannst du nicht sagen ja guck da einfach weg dass man so gerne negativität versprüht das mit naiv TikTok zu starten das ist alles mit der geschäftsführung abgeklärt wow also diesmal weiß nicht nur die pflegedienstleitung sondern auch die ganze geschäftsführung bescheid werde ich später mal nachfragen und ganz bestimmt weiß die chef etage auch davon bescheid dass phasenweise patienteninformationen in deinem stream abzulesen waren oder etwa nicht in in eines meiner letzten exposed videos hat uns unter anderem christian solmöcke erklärt dass diese pflegekräfte sogar ihre berufsausübungserlaubnis verlieren könnten naja auf jeden fall dreht sich das ausredenkarussell weiter und weiter und weiter ja der war ja geil btf wie geil war das ausredenkarussell der bitte wenn euch das so sehr stört dann kommt doch einfacher warum sind die leute so weiß ich nicht weil denen ihr eigenes leben zu uninteressant ist deswegen muss man bei fehlern anderer suchen ne anscheinend denken die leute dass alle patienten nachts im krankenhaus auch wach sind aber es gibt sowas wie den tag nacht rhythmus und im besten fall haben die leute den noch ja aber spaß leider darf man den nicht mehr haben weil ansonsten heißt es direkt man hat keine arbeit all die argumente die hier angeblich sind das für ein argument guckt doch ein video viele runde jazzy oder was weiß ich das ist halt so wild über den stream sprechen und gegen eine datenschutzpanne sind letztendlich faktisch falsch selbstverständlich spielt es keine rolle ob ich gezwungen bin mir diesen stream anzuschauen oder nicht ich meine ein bankräuber ist auch nicht gezwungen die bank zu über guckt doch nicht hin jetzt hier ist so hä macht er es aber ist es trotzdem strafbar auch dass die patienten einen normalen schlaf wachrhythmus haben ist natürlich schön für euch und vor allen dingen für die patienten ich kenne da aber kein paragrafen der straftaten erlaubt nur weil die patienten dann schlafen während du die straftaten durchführst ich meine wie soll ich mir das vorstellen denn trotz inzwischen geklaust die patienten weil die schlafen halt ne sie schlafen halt dann kannst du denen auch mal in die tasche greifen so weil sie schlafen halt was sie sich mal in die saal stellen weil sie was sie nicht mitkriegen kriegen sie ja nicht mit in den stillen videos und reactions zu der thematik gibt es immer wieder szenen in diesen live streams die mich absolut schockieren wie dieser hier ja aber das ist doch hier nicht jeden dienst so dass wir diese zeit haben wann waren wir das letzte mal live vor zwei monaten oder so keine ahnung also es können alle klugscheißer gerne mal hospitieren kommen wäre eine super sache würde mich freuen ich bin praxisanleiterin und herzlich willkommen ja ja ehrlicherweise würde ich da schon gerne mal hospitieren gehen dann könnte ich dir vielleicht auch mal persönlich den a** aufreißen was mich besonders an diesen leiten wow somebody is mad faktenbasierter politik hey 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 shouts fired shouts fired schockiert ist dass die eine streamerin die hier zu sehen war sogar angibt praxisanleiterin zu sein das heißt dass diese person neue pflegeschüler anleitet und so eine art vorbild sein sollte und ganz ehrlich wie kann es sein dass du so arrogant bist und dich als praxisanleiterin in so einen tik tok live stream setzt für mich bist du in dieser position absolut ungeeignet und im prinzip solltest du dich einfach nur schämen so lange rede kurzer sinn ich habe die pflege live streamer mit eurer hilfe ausfindig machen können und da ich ein netter mensch bin bin ich dem wunsch der streamerin natürlich nachgekommen dann soll man sich das hier gerne abfilmen und viel spaß meinem chef dazu schicken was soll er denn machen ja also habe ich genau unangenehm sex auch das getan deinem chef alle streams screenshots und beweise zukommen lassen und mal gefragt ob das wirklich erlaubt ist ich meine das habt ihr ja sogar behauptet sogar die geschäftsführung wusste doch bescheid dann kann das ja alles jetzt nicht so schlimm gewesen sein gar kein problem sein ja da ich aber begründete zweifel daran habe dass die chefetage eines so großen konzerns es ist by the way die helios gruppe dir diesen stream erlaubt habe ich nochmal gesondert bei der bezirksregierung und bei den gesundheitsämtern nachgefragt aber lass mich doch erstmal erklären wie wir den arbeitgeber ausfindig gemacht haben zunächst einmal waren die streamer so freundlich ich bezweifle dass man innerhalb der helios gruppe auf arbeit live streamen kann ich bezweifle das sehr hart erst einmal für uns eingegrenzt ach es gibt eine suchtstation wir haben auch der klinik meint sowas wie das aus nrw smart des weiteren trägt die selbsternannte praxisanleiterin ein oberteil welches ich den helios kliniken einwandfrei zuordnen konnte es handelt sich also wahrscheinlich um eine helios klinik im großraum köln also habe ich mal auf der website nachgeschaut welche klinik überhaupt potenziell in betracht kommen würde ja und da war relativ schnell klar dass die auswahl doch recht begrenzt ist ist denen wirklich bewusst dass sie sich hier also das ist denen nicht bewusst oder dass sie sich da doxen mit sowas das ist denen nicht bewusst ich meine ein ein kevin will die ja jetzt hier nur einmal überprüfen ob das auch wirklich alles mit dem arbeitgeber abgesprochen ist aber es gibt ja real talk auch menschen die wollen die halt wirklich den wirklich also leuten einfach schaden einfach aus jux und treuerei es ist halt also so ein bisschen das internet kann halt auch gefährlich sein die situation aus dem live stream hat mich allerdings auf eine heiße fährte gebracht wir schauen mal rein und die die pushen einen ja in tik tok dann auch wenn die man so negativ ja mein teils halt so guck mal da hallo in dem stream ist scheinbar eine ehemalige kollegin die nach eigenen angaben jetzt in düren arbeitet ja medienkompetenz aggressiver rabatschiert x100 benommenheit medienkompetenz benommenheit ja davon sehen wir leider zu wenig hier da habe ich jetzt erstmal die arbeitshypothese aufgestellt dass wenn die ehemalige kollegin die dort mal gearbeitet hat jetzt in düren arbeitet dass die zwei kliniken eventuell nicht so weit voneinander entfernt sein könnten und wenn man sich dann auf google maps mal anschaut welche kliniken grundsätzlich in betracht kommen dann fällt auf dass es nur köln siegburg oder bonn sein kann und jetzt mal eine ganz hypothetische frage an euch sagen wir mal ihr wohnt in köln dann sagt ihr doch nicht dass ihr aus der nähe köln kommt so wie in diesem ausschnitt oder naja und auch wenn ihr aus bonn kommt macht diese aussage eigentlich keinen sinn weil bonn kennt man dann kann man ja sagen ich komme aus bonn und nicht aus der nähe köln die einzige stadt die man von den drei potenziellen standorten eventuell nicht kennen könnte müsste eigentlich siegburg sein oder ja okay ich gebe zu dass die theorie schon sehr vage und wackelig ist deshalb wollte ich mir das ganze noch einmal bestätigen lassen ja und da war ich ehrlicherweise ein bisschen dreist weil ich habe genau der kollegin geschrieben die in dem tik tok livestream anwesend war und behauptet hat mal in dieser klinik gearbeitet zu haben ja und ehrlicherweise habe ich nicht damit gerechnet dass sie mir antwortet hat sie dir einfach geleakt oder was oder wie keine fünf minuten später hat sie mir eins zu eins bestätigt dass das die siegburger klinik war des weiteren hat sie mir zwei von drei vollständigen namen der streamer geben können und oh shit die hat ihr mal eben komplett durchgeleakt konnte mir sogar sagen von welcher station dieser livestream vermutlich war und ihr wisst alle was das bedeutet wir haben wie anfangs schon gesagt eine e mail an 10 von 10 kollegen shit shit ja mensch oh damn anstand sind die nicht so close ein arbeitgeber geschrieben wo wir unter anderem alle beweise mitgeschickt haben und ganz frei folgende fragen gestellt haben stimmt es dass es in ihrer klinik gestattet ist live streams während der arbeitszeit auf einer chinesischen plattform zu übertragen wie hoch ist der stellenwert der dsgv in den helios kliniken sind ihnen weitere live streams aus ihrer klinik bekannt ist die patienten sicherheit auf den stationen gewährleistet während die dort tätigen pflegekräfte auf den stationen live stream beziehungsweise werden die kollegen dort nachts von fachpersonal für diese zwecke abgelöst ja aber wenn der geschäftsführer alles erlaubt dann sollte ja alles gut sein oder zum aktuellen zeitpunkt habe ich noch keine antwort auf meine e mail erhalten sollte sich da was tun werde ich euch selbstverständlich updaten was können wir also abschließend wieder festhalten die streamer sind sich ihrer sache immer super sicher und denken immer wieder man könnte keine rückschlüsse ah mein browser ist wieder am fax machen wieso kurz vor ende des videos auf die patienten oder den streaming ort zulassen dass jetzt selbst praxisanleiter also die menschen die für die ausbildung neuer pflegekräfte verantwortlich sind in diesen live streams sitzen ist meiner meinung nach einfach nur noch erbärmlich ja was sagt ihr zu dem thema schreibt es mir gerne in die kommentare und damit würde ich sagen bis zum nächsten mal und tschö das ist das ist halt wirklich bodenlos ne vor allem in dem fall dass es halt praxisanleiter sind die da mitgemacht haben in dem fall folgt gerne einmal hier dem ehrenpfleger kevin rein ich verlinke den kanal auf jeden fall äh kevin ist ja noch gar nicht so extremst lange auf twitch am start auf youtube schon ist auch schon relativ groß aber geht natürlich mehr äh folgt da gerne rein äh content im bereich ähm diege sehr nice sehr sehr nice ach der link ist so angepingt ja perfekt perfekt doppelt halt besser ähm ja war wild ich hätte mir noch gewünscht dass da ein statement schon existiert aber man kann ja ne was soll man machen was soll man machen ich habe ein